Die Bewerber finden uns im Internet über Jobportale, in Social Media Kanälen oder über Anzeigen in Fachmagazinen und Tageszeitungen. Für die Azubi-Suche haben wir dieses Jahr sogar zum ersten Mal einen Kino-Spot gemacht. Dieser läuft in den Münchner und Landshuter Kinos. Den persönlichen Kontakt suchen wir über Messen oder Schulveranstaltungen. Hier informieren wir neben den Einstiegsmöglichkeiten auch über unsere Großprojekte wie den Flughafenausbau. Dadurch vermitteln wir den Bewerbern die hohe Bedeutung der dritten Bahn für den Flughafen München. Bei der Auswahl unserer Azubis und dualen Studenten achten wir grundsätzlich darauf, dass sie ein sicheres Auftreten haben und kommunikativ sind. Und das kommt natürlich auch der Debatte um die dritte Bahn zugute. Uns ist es wichtig, dass sie für ihre Meinung einstehen. Als Personalbereich tragen wir dazu bei, indem wir sie so früh wie möglich über Sachverhalte und Hintergründe informieren. Unsere Nachwuchskräfte wünschen sich einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive. Die dritte Bahn ist ein Projekt für die Generation von morgen. Und davon werden insbesondere unsere jungen Mitarbeiter profitieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.